hallo hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen folge von scrab mechanic schön dass ihr eingeschaltet habt ich bin euer exa und wir legen auch gleich los und zwar heute wieder bei fancrashions leider kam gestern keine folge ich hab's einfach nicht geschafft unglaublich ich hab's nicht geschafft sonst immer war ich mal krank wenn ich es mal nicht geschafft habe oder internet ging nicht aber diesmal habe ich es einfach zeitlich nicht geschafft ist das heftig ich hab's zeitlich nicht geschafft für heute für gestern eine scrap mechanic folge raus zu bringen und das noch am wochenende grauenvoll ihr habt ihr habt euch bestimmt gewundert wo es kann ich verstehen kann ich verstehen aber dafür machen wir heute ein bisschen länger und ja wir machen heute fancrashions wir gehen hier einfach mal durch also ich habe ein paar sachen abonniert die schauen wir uns heute mal an und fangen mit dem wie also mit dem bühnen trailer für xa rock an von wie rr racer und ja schon mal nach dem anhänger so bisschen schmal finde ich für den anhänger also für die höhe sehr schmal also entweder etwas weniger hoch oder etwas breiter was ist das was hat er da gemacht und fps sind ja totaler marsch alter das ist ja unnormal wahnsinn drücken wir mal ja die knöpfe doch schauen wir mal was da so passiert vielleicht kommen ja so stützen raus die das ganze wissen stabilisieren da sind reifen raus gekommen hier aber stützen die sind jetzt nicht so schön aus vor allem weil sie großflächig sind großflächige stützen sind immer ein kleines problem für die performance besser sind kleine punkte setzen also diese flächen hier weg machen am besten dann ist die performance besser so was haben wir noch da ist eine treppe raus gekommen ich glaube vorne hat sich eine bühne geöffnet genau hier ist die treppe ja das legt das ist ja abartig also das ist nicht schön spiel war da habe ich schon bühnen trailer gesehen die war also jetzt nicht nichts gegen den hier das sieht sieht schon ganz gut aus der gedanke ist auch schön aber die waren so aufwendig und so voller technik wir haben nicht mal die haben nicht geleckt und das ja das stimmt irgendwas nicht da ist irgendwo muss irgendwas sein was nicht passt ich weiß nicht was du da gemacht hast und warum das nicht so gut passt vielleicht sind es die stoßdämpfer vielleicht sind die reifen ich weiß es nicht oder irgendwo drückt irgendwo was drauf aber dass das ist nicht spiel war das ist nicht schön spiel war das ist das ist scheiße um ehrlich zu sagen es ist böse gemeint sondern du musst da unbedingt mal gucken was da das problem ist weil so prinzipiell sieht das ja schon mal nicht schlecht aus abgesehen von den ganzen farbfehlern aber ansonsten sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus was haben wir hier hier passiert nichts wenn wir mal hier sieht auch nichts aber wahrscheinlich ja jetzt geht die tür auf ok ist da aufzug drin oder was ist das sitz achten sitz haben wir hier ok so und die haben wir schalten was macht der da geht ein licht an schaut her da ist jetzt ein licht an was macht der der macht die bühne zu wollen wir nicht was macht der ah der bewegt die lichter und der ach der lässt uns hochfahren aha ok es ist jetzt gerade aktuell sind die fps ein bisschen besser nicht sensationell aber ein bisschen besser aber warum sind wir hier oben eher ungewöhnlich also so bühnen haben meistens so eine box wirklich ja diese licht steuern und so weiter und und sound und so weiter also so eine schaltzentrale diese schaltzentrale befindet sich aber nicht da oben die schaltzentrale befindet sich meistens entweder leicht seitlich in der oder in der ecke oder direkt gerade hier mit blick auf das ding also dass man wirklich von hier aus wie die zuschauer die bühne sehen steuert nicht da oben da oben das wäre erstens technisch gar nicht wirklich vernünftig möglich mehr viel zu aufwendig wer katastrophal und und alles viel zu kompliziert deswegen steht so ein ding immer hier meistens was ich war auch schon auf konzerten die stehen hier nicht nicht über die nicht über der bühne selber auch auf feste bühne also zum beispiel theater musical sonstige aufführung nicht da vorne irgendwo sondern dahinten entweder ganz hinter den zuschauern oder mittendrin es gibt unterschiedliche variationen aber nicht oben drüber dass das hättest du dich sparen können und dadurch hättest du enorme fps wahrscheinlich auch sparen können aber ansonsten naja aber ist ein schönes teil gefällt gefällt mir wie gesagt hast du schon gut gemacht aber ja da musst du ein bisschen noch dran arbeiten und vor allem dieses ganzen farbfehler die müssen weg dass das das geht gar nicht farbfehler sind nicht so schön und der rest ist halt alles so kantig es ist sehr hoch und extrem schmal also ein bisschen musst du noch machen ansonsten grundgedanke very nice so jetzt habe von shadow ein polizei auto und als ich das ding abonniert habe ich gedacht ach du scheiße brauche ich da viele mods der grund ist überwiegend die lichteinheiten also das mit dem licht hat er schon ziemlich cool gemacht highway patrol hat er eine mitte gehabt da konnte das patrol deshalb blöden dass man das nicht so versetzt schreiben kann hey hey patrol okay das auch interessant hier hier mit dem licht und darunter dann wahrscheinlich der blinker alles vorne aufnähten freund finde ich auch richtig geil die ist gut geworden hier fetter ram bügel in deutschland verboten in amerika beliebt ja also das ist schon geil hier eine böse optik sowas im rückspiegel wenn man so in deutschland kommt wenn man hinter einem polizei auto hat abdeckt man sich vw passart bmw vielleicht 95 hallo oder es gibt ja auch i3 ist ja elektroauto super geil ja vw passart 150 ps da geht was bei den amerikanern was fahren die ja deutsch charger ford grow was gibt es noch ford taurus das wäre dann eher so die billige variante aber sehr sehr beliebt ist deutsch charger also die haben ja einen offiziellen vertragspartner mit deutsch und die dinge haben wir einfach geschmeidig 470 ps ja liebe leute das ist ein polizeiauto und wenn man dann noch so ein blick im rückspiegel hat ja so wie bei den charger dann überlegt man sich zweimal was ein bisschen scheiße zu bauen und da ist man ganz toll brav ja bei der deutsche polizei so rund gelutschte autos 150 ps maximal was was soll da passieren aber wir deutschen sind ja nett und bleiben brav so ok drücken wir die 1 tür 2 andere tür ok 3 aber nicht hier hier ist fernlicht auch nice ok es sieht nicht geil aus ich mach dich platt wenn du versuchst scheiße zu bauen oh ja das meine ich hier schaut euch das mal an wo schon richtig gut gemacht ist sogar das fernlicht blick schau her war richtig cool die sirene passt nicht ganz ja aber als sirene bauen ist immer ein bisschen scheiße das weiß ich selber super cool was ich toll finde er hat schon mal bedacht hier stopp vorne dran zu machen ja manche wenn ihr sein herr wieso vorne der fährt auch hinter einer in amerika läuft das bisschen anders der amerika ist ein bisschen sicherheitsbewusster als der deutsche und zwar ist das so dass der polizei wagen hinter dem verbrecher oder den aufhalten will fahren tut und dann hier wo man es da das gemacht stopp und dann muss der vordere rechts ran fahren und der bleibt auch hinter dem jahr ist mal aber noch ein bisschen klüger erstes wenn der gas gibt wird man nicht überfahren zweitens ist man hinter dem jahr also man sieht ja was vor einem passiert man sieht nicht so gut was hinter einem passiert deswegen finde ich das eigentlich auch etwas klüger und was auch ziemlich krass in amerika man soll nicht aussteigen ja hände auf lenkrad lassen in amerika und nichts machen ja die sind da ganz 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 empfindlich nicht aussteigen nicht irgendwo rumkramen oder sonst was genau das machen was der polizist von einem verlangt in deutschland ist doch ein bisschen larifari ja da kannst du machen was du willst kannst noch irgendwas verstecken oder aus dem fenster werfen das da sind die nicht so empfindlich in deutschland kann gut sein kann auch schlecht sein ja genau und in deutschland ist es so die fahren halt vor dem den sie anhalten wollen normalfall und haben dann hinten das schild stopp oder mit folgen oder was auch immer cool schön hat er bedacht blinker alle waren blinker blinker aber dann mit der lenkung okay ja gut fahren wir mal ein paar meter leichtes wie es bin ob es okay oder fährt sich aber interessant aha wie geil sehr hecklastig wahrscheinlich ist die ganze technik hinten drin was aber etwas schwer hinten ist die leicht aber manchmal auch leichtes untersteuern aber ist eigentlich ich sag mal zu 90 prozent fährt er dahin wo man hin will das ist eigentlich sehr schön mit einem fetten radiator ja also man sieht er hat eigentlich relativ sparsam das fahrzeug gebaut jetzt nicht so extrem übertrieben war echt gut fällt mir was mich vielleicht ganz kleines bisschen stört ist dass das hier leuchtet ich hätte das vielleicht hier irgendwo rein verbunden damit das aus ist irgendwie ich weiß nicht wo aber irgendwo was sonst ich ich tolles fahrzeug ist eigentlich von innen da ist ha ha cool man sieht in wo man hinklingt geil schlecht die ganze schaltkulisse cd radio sehr schön ist das nicht für drin okay was mir aufgefallen ist ist das hier haben wir sitzen sehr tief die kante vorne macht das ein bisschen ja das sieht ein bisschen komisch aus dass wir hier so eine fette kante davon haben und in der ego perspektive sehen wir halt nicht viel das ist ein bisschen schade was mit kreis ist echt das ist ein bisschen schade muss man müsste schauen ob den sitz vielleicht eins höher hin machst wenn man ein bisschen höher sitzt naja aber das ist jetzt ja mal auf hohem niveau aber sehr schönes fahrzeug hat mir sehr sehr gut gefallen danke dafür schön heute hat auch jemand geburtstag und zwar curtis nick ja alles gute was sich reich beschenken und befeiern und so so jetzt haben wir ein scrapper k von zockerstein so was haben wir hier es sieht interessant aus rustikal ein bisschen so oldschool mäßig relativ sparsam ohne mods aber geil hier ist vielleicht ein bisschen zu offen finde ich man kann kein bei keinem auto einfach mal so durchgucken und drüben sagen hallo wie geht's ja mir geht's gut das ist eher unwahrscheinlich so so müsste das vorne auch aussehen aber es sieht geil aus schlecht man sieht vielleicht noch nicht ganz so lange in scrap mechanic dabei hier drin schön okay aber was was genau ist der zweck dieses fahrzeugs immer fahrwerk schön ja nicht übertrieben weich aber ein bisschen weich ein bisschen untersteuern knallt auch immer wieder mal dagegen da vorne also die räder spacken bisschen hätte man beheben können mit doppelte lenkachse also doppelte lenkbearing immer hier blinker soll das sein okay ganz klassisch licht motor ja auch okay jetzt nichts weltbewegend ist aber ganz okay rücklicht das maß was mir noch aufgefallen ist du hast sie beim fahrwerk glaube ich bisschen was gedanken gemacht allerdings den ich etwas was ein bisschen kontraproduktiv ist und zwar das hier und zwar wenn auf einer seite das rad oben ist ganz schön ja sieht auch toll aus aber auf der anderen seite fliegt das rädchen auch das ist nicht so geil ja warum weil wir können wir ja mal demonstrieren so dann pass auf motor 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 so jetzt sieht man was für ein problem dieses fahrzeug hier erstellt weil dieses rad nicht nach unten kann oder das hier oder das ja das ist ein bisschen kontraproduktiv man hat im Prinzip dadurch ein sehr starres Fahrwerk. So, wirst du schon mal ein ganzes Stück wieder weiter auf den Boden. Und wenn wir das jetzt hier nur weg machen, sind wir fällt erstmal die eine Achse ab. Warum auch immer. Haha! Da haben wir wohl etwas nicht angeschweißt. So. Menschen. Wo haben wir die denn hingemacht? Okay, spiele ich ja nochmal. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, was für ein Abstand da entstanden ist, dadurch, dass der da keinen Kontakt hat. Also, dass das so fest ist. Und jetzt einmal ohne diese Starrheit. So, jetzt sind wir mit dem Reifen fast auf dem Boden. Das kann man noch ein bisschen steigern. Das geht theoretisch schon. Aber wenn man das hier ein bisschen weicher macht, ich gehe zum Beispiel auf 6. Warte mal. Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Was hat der hier eingestellt? 10. Machen wir mal rum drum selbst. Also, man kommt dann mit dem Reifen ziemlich nah. Und wenn wir jetzt hier schauen. mit dem hier. Ist das halt schon ein enormer Unterschied. Und das ist nicht gut so. Das ist scheiße so. Also, im echten Leben wäre das ziemlich kacke. Was jetzt hier dein Vorteil ist, du hast hinten ein sehr schweres Jesse. Also sprich, du hast sehr viel Gewicht hinten. Wenn man das jetzt aber ausgleichen würde, sodass das hinten nicht mal so schwer ist, sondern ein bisschen verteilt da. Irgendwann mal. So. Genau. Wollen wir eins weg. Äh, jetzt fällt der wieder zu weit. Aber ihr habt es gesehen, da waren dann beide Reifen in der Luft, ja. Also, dann haben wir nur noch zwei Reifen, die Kontakt mit dem Boden haben. Das ist ein bisschen schwierig. Und das ist halt auch einfach schon allein hier, ja, haben wir immer einen Reifen, der oben ist. Und wäre jetzt das hier. wäre der Reifen viel näher am Boden und hätte auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Kontakt zum Boden hat. So fährt sich das dann auch insgesamt schöner, wenn das nicht mehr so verbunden ist, ja. Dann hat er so eine leichte Neigungsmöglichkeit, wie man sehen kann, ne. Hier, man sieht, dass hier die Stange unten universal sich bewegen kann. Deswegen mag ich gar nicht mal so ein Fahrwerk, dass das so enorm kompliziert ist. Weil das normale Stolz, das Pension-Dings hier, das ist eigentlich schon gut genug. Da braucht man eigentlich gar nicht irgendwie groß kompliziert was bauen. Es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, ich habe ja auch schon so gebaut, aber da muss man das, muss man diese Stange flexibel machen, also so, dass man die Möglichkeit dem Stolzdämpfer gibt, dass das hochgehen kann, das aber unten bleibt. Aber ansonsten, das ist ja mal nur vor dem Niveau und ist eigentlich ein saukutes Fahrzeug. Das hast du schon ganz geil gemacht. So, was haben wir noch? Hier haben wir einen 4x15-Scanner von Hammer im weiteren Grund bald, wahrscheinlich 15x15. Jetzt schauen wir mal, was macht der denn? Ich habe nämlich keine Ahnung, was ein Scanner machen soll. was macht der denn? Okay, ich habe, ich habe eine Vermutung, was der machen soll. Welche Farbe? Weil, weil, ach so, ist es egal. Okay, also wenn ich jetzt hier so ein Punkterei mache, so, schauen wir mal. Ja, aber was macht der denn jetzt? Der zeigt hiermit zwar schon an, dass da was ist. Komischerweise springt das auch immer so hin und her. Jetzt ist es da. Das springt irgendwie so ganz komisch rum. Aber was, was soll er denn machen? Was ist das hier? Ach so, damit der dann eins weitergeht. Habe ich irgendwas überlesen? Ist meine Version ohne, ne, 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 ach so, so in der Stellungsansicht Modus. Mit Start. Ja gut. Aber es ist schon, es scheint, äh, ich, ich verstehe es nicht. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem, hier sind so viele Sensoren. Was, was macht die Sensoren denn? Ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich vermute mal, man malt hier was drauf, ja, und dann malt er das hier drauf. Gut. Ähm, also man hat es blinken gesehen, ja, das hat auch funktioniert soweit. Er schließt sich zwar nicht das ganze andere hier und ich erschließt sich dann auch nicht, was das bringt. Also was kann man dann jetzt damit machen? Das musst du vielleicht mal in die Kommentare schreiben, weil so weit, weil mir fällt da jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Und was auch ein bisschen komisch ist, dass das dann nicht leuchtet, ne, das geht ja wieder aus. Nach, keine Ahnung, I don't know, aber es sieht auf jeden Fall gut aus und ich glaube, es kann mehr als ich denke. So, ja, das sehen wir uns für die nächste Folge aus. Nehmen wir das hier noch, weil das ist nicht so lang. Und zwar hat hier der Thorsten Zupf ein Funkturm gebaut. Ja, beeindruckend. Simpel, aber warum nicht? Klar, einen Funkturm braucht man in Deutschland. Sonst hat man keine Handyempfang oder kein Fernsehempfang oder was auch immer. Ja, nettes Spielzeug auf jeden Fall. Also zum Hinstellen. Machen kann man damit jetzt nicht viel. Aber auf die Demos muss man erst mal kommen, sowas zu bauen, gell? So, was können wir noch machen? Machen wir den hier noch. Das interessiert mich schon ein bisschen länger. Wir haben hier einen Spider von Floschi. Nehmen wir an, der hat irgendwo einen Knopf. Ja gut, oder auch nicht. Ah! Da ist der Sitz. Ah, okay. Wie geil. Nicht schlecht. Ist schon gut, ja. Ähm. Ich versuche dir jetzt ein paar Tipps zu geben. Und zwar, also, die Idee ist gut, auch gut umgesetzt, funktioniert auch very nice. aber ich glaube, jeder weiß, dass die Spinne nicht alle Beine gleichzeitig bewegt und dann sich auf den Boden legt, sondern die Spinne hat aus dem Grund so viele schöne Beine, damit sie jedes Bein universal bewegen kann. Und dadurch hat sie eine fließende Bewegung. Wir Menschen laufen ja auch nicht mit beiden Beinen nach vorne und ziehen uns dann nach vorne irgendwie. Nein, wir laufen im Wechsel, also links, rechts, links, rechts. Das wäre das Minimum, was du hättest machen können. Also erst links, dann rechts. dadurch, dass du aber so viele Beine hast, ich weiß nicht, wie genau die Beine laufen bei der Spinne wahrscheinlich irgendwie so im Kreuz oder so, ich weiß es nicht, aber irgendwie so hättest du es machen müssen, so dass immer ein Bein einen nach vorne zieht. Ja, also wahrscheinlich irgendwie immer über Kreuz und so, dadurch hättest du dann immer eine gleichmäßige Bewegung. Wenn du schon so viele Beine hast, kannst du das super geil ausnutzen, so. So sieht es eher aus, als würde die Spinne rudern. Hau! Rück! Hau! Und das dauert ziemlich lang. Rück! Nee, aber die Idee ist gut. Ja, das sieht auch ein bisschen aus, als würdest du noch ziemlich am Anfang von Scrub Mechanic hängen. Der fette Hintern ist ja auch lustig. ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Weitermachen, umsetzen, vielleicht, vielleicht kannst du es noch ein bisschen verbessern. So, meine lieben Freunde, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat mir gefallen, wenn es noch was like da lassen, bis zur nächsten Folge. Tschau! 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 Tschau!